Mein erster Artikel war eine Übersetzung aus der englischen Wikipedia ins Deutsche. Ich glaube, ich war damals 13 oder 14. Ich bin in der Wikipedia, weil ich gerne mein Wissen teilen möchte. Ich finde es schön, etwas zu tun und zu wissen, dass andere Menschen dieses Wissen weiterverwenden können. Heute habe ich was Gutes getan und morgen geht es der Welt ein bisschen besser als heute. Das ist mein Hobby. Ich liebe es, meine Zeit, meine Freizeit in Wikipedia zu verbringen. Sei mutig, trau dich, einfach auf Bearbeiten zu klicken und mitzumachen. Na ja, irgendwo muss man ja anfangen, ho? Man kann nicht viel falsch machen und wenn etwas falsch gemacht wird, dann kommt jemand und hilft einem. Mir gefällt an der Wikipedia die Gemeinschaftsarbeit. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich bei irgendwelchen Projekten wieder bin oder Veranstaltungen, bestimmte Menschen wiederzusehen, weil die einem einfach ins Herz gewacken sind. Es macht einfach Spaß, in der Gemeinschaft so etwas Großes wie das Wissen der Menschheit zu sammeln. Das ist toll.